Okay, ich bin ready. Beides scheiße, aber ich glaube eher Müll rausbringen. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du? Eine Cola, glaube ich. Warum eine Cola? Weil Cola süß ist und sprudelig. Keine Ahnung. Tattoo oder Piercing? Piercing? Ja. Finde ich cool. Vielleicht so am Bauch oder so. Roadtrip mit Calvin oder TikToks drehen mit Herr Anwalt? TikToks drehen mit Herr Anwalt. Lotto gewinnen oder doppelt so lange leben? Doppelt so lange leben würde ich sagen. Kann man viel mehr im Leben nochmal wiederholen oder so. Kochen oder essen gehen? Essen gehen? Ja, da muss man sich nicht so viel bemühen. Weil wir es gerade eben schon hatten. Wie würdest du dich denn bei einer Dating-Plattform selber beschreiben? Praktisch, clever, gut. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich gehe nicht auf Dating-Apps. Ich bin viel zu jung dafür. Pff. Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal.